Leute, herzlich willkommen in Baujahr78, heute zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es einmal um den Truma Frost Control. Die meisten von euch werden das Teil unter Frostwächter kennen. Viele fragen sich, was ich jetzt so schon mitbekommen habe, wenn ich mit Leuten unterhalte, was ist denn das überhaupt, was macht das Teil überhaupt, habe ich sowas überhaupt und wenn ja, wo ist das überhaupt eingebaut bei mir? Ja, das ist ja nicht in jedem Wohnmobil am gleichen Ort eingebaut. Unterschiedliche Wohnmobilhersteller, unterschiedliche Einbauorte. Heute erkläre ich euch mal diesen Frost Control, was der macht, für was das überhaupt da ist und vor allen Dingen, wie ihr den richtig bedienst, weil dieses Gerät schmeißt nämlich sehr oft Fragen auf. Also, bleibt dabei! Freunde, ich zeige euch jetzt, wo der Frostwächter ist. Ihr müsst es selber wissen, bei euren Wohnmobil, in meinem Fall, beim Etrusco 7400, befindet er sich hinten neben dem Bett und zwar unter dieser Klappe da unten. Da ist der Frostwächter drin. In der Regel wird euch das bei der Einweisung zu eurem Wohnmobil gesagt, aber ich weiß, wie die Einweisungen heutzutage sind. Es ist ein riesen Massenturchsatz durch den großen Ansturm auf den Wohnmobilmarkt. Meistens bleiben viele Fragen offen und gerade so wichtige Fragen wie Frostwächter, die sollten eigentlich schon beantwortet werden. Also, wie gesagt, bei meinem Fall ist er jetzt da drunter, heißt aber jetzt nicht, dass er bei euch auch da drunter ist. Ihr müsst euch da schon selber ein bisschen informieren zu eurem Wohnmobil und schauen, wo ist der Frostwächter denn drin. Ich mache jetzt mal den Deckel da drauf und lege den zur Seite. Da unten seht ihr jetzt zum Beispiel meinen Heizungsschlauch und einen Frostwächter. Ich mache aber jetzt hier mal Licht, weil sonst seht ihr gar nichts. Ja, hier seht ihr jetzt einen Abluftschlauch von meiner Trummerheizung. Die zeige ich euch später auch noch, dass ihr ungefähr wisst, was ich meine. Und hier befindet sich jetzt der berühmt-berüchtigte Frostwächter. Ja, das ist dieser schwarze Kasten mit den zwei blauen Betätigungsmechanismen und der ist ziemlich wichtig. Was macht jetzt dieser Frostwächter überhaupt? Es gibt Leute, die haben mich schon gefragt, kann ich den denn ausbauen? Könnt ihr schon, würde ich euch aber unter keinen Umständen empfehlen. Dieser Frostwächter, der schützt euren Boiler, der ist ja befüllt mit 10 Liter Wasser, in dem Fall bei der Truma Kombi 6, vor dem Bersten, also vor dem Auffrieren. Ja, wenn Wasser gefriert, dehnt sich das Wasser ja aus und dann würde euer Boiler platzen. Teure Angelegenheit, da geht es dann schon in die Tausenden von Euro. Also nicht Tausenden, sondern über Tausend Euro auf jeden Fall, wenn der Boiler kaputt ist. Denn der Boiler befindet sich außen über die Brennkammer als Wassertasche. Ich zeige euch aber später mal die Heizung, dass du ungefähr wisst, wo der sitzt. Und dieser Frostwächter, schauen wir mal, ob er schließen kann er. Ja, er kann er schließen, weil die Temperatur eben noch nicht erreicht ist. Wenn die Temperatur in eurem Wohnmobil unter 3 Grad fällt, löst dieser Frostwächter automatisch aus. Also ihr braucht da nichts machen. Es wird dann so aussehen. Zack, dieser Sperrschalter springt auf und da geht unten der Knopf auf. Was passiert jetzt, wenn der Knopf offen ist und der Schalter aufgegangen ist? Das Wasser, was im Boiler sind, um die 10 Liter, fließt automatisch ab. Das heißt, meistens, also die meisten wintern ja ihr Wohnmobil vor längeren Frostzeiten ein. Dann wird der sowieso geöffnet, dann muss der das nicht selbstständig machen. Solltet ihr das aber jetzt mal vergessen, dann sollte ganz, ganz plötzlich irgendwo bei euch am Urlaubsort strenger Frost kommen und ihr habt euer Wohnmobil noch nicht eingewintert und das System noch nicht entwässert. Dann würde der Frostwächter das selber machen und euren Boiler, ich betone nur einen Boiler, vom Frostschaden schützen. Je nach Anordnung von eurem Frischwassertank kann es auch mal passieren, dass das gewisse Unterdrücke der ganze Frischwassertank leer läuft. Kann passieren, das muss aber nicht. Ich sage es mal so, er schützt im Endeffekt nur euren Boiler. Im Sommer oder egal wann immer, ist das System geschlossen, der Hebel ist hier geschlossen und dieser Schalter da unten, der befindet sich innen eingedrückt. Das heißt, das System ist dicht, das System ist aktiv, also da wird kein Wasser, nichts abgepumpt. Boiler bleibt voll Wasser. Würde jetzt die Temperatur unter 3 Grad sinken, löst er aus, zack, da ist darunter ein Schlauch unter dem Wohnmobil, den seht ihr auf irgendwelchen von meinen Videos, wie ich meinen Wassertank gereinigt habe, seht ihr das. Also wie gesagt, normalerweise wintert man ein Wohnmobil sauber ein. Wie das geht, zeige ich euch da oben, verlinke ich euch da oben in den zwei Videos, schaut euch das mal am besten an, dann passiert das gar nicht. Und sollte es jetzt wirklich der Fall sein, dass euer Wohnmobil, dass ihr es vergessen habt, einzewintern oder was auch immer, Temperatur sinkt nachts plötzlich mal unter 3 Grad, dann löst er aus. Meistens sieht man das am nächsten Tag, dass unter dem Wohnmobil eine riesengroße Wasserlache ist, weil der haut dann quasi die 10 Liter, die wo im Boiler drin sind, raus, entwässert den Boiler. Das kommt dann meistens ziemlich ungelegen, ich frage mich jetzt immer, ob sowas passieren kann, aber es kommt meist sehr ungelegen und dann versuchen die Leute natürlich erstmal die Ursache, wo kommt das Wasser unter mein Wohnmobil her, finden dann wahrscheinlich durch irgendeinen Grund die Ursache, ach da hat ja der Frostwächter ausgelöst, den ich drin habe, und wollen dann den wieder schließen und den Knopf unten eindrücken und der geht aber dann nicht. Also in meinem Fall geht es jetzt, weil wir haben durch irgendeine Temperatur nicht unter 3 Grad, beziehungsweise unter 7 Grad, denn die Temperatur im Wohnmobil muss über 7 Grad betragen, dass ich den Knopf wieder reindrücken kann, sprich, dass ich mein System wieder dicht bringe. Das ist ganz wichtig, weil dann geht es hier rein in euer Wohnmobil, das Ding ist offen, also der Boiler ist entwässert und denkt sich, ja den schließe ich jetzt, den mache ich jetzt hier wieder zu, fülle meinen Frischwassertank wieder auf, ihr werdet es aber da ein Problem haben, dass ihr den Knopf da unten reinbringt, denn dazu muss die Temperatur im Wohnmobil über 7 Grad betragen. Das reicht ja in der Regel nur, entweder ihr stellt euer Wohnmobil in eine geheizte Halle oder ihr stellt tatsächlich eure Heizung ein. Ihr müsst sowieso, wenn ihr euer Wassersystem im Winter nicht entwässert, euer Wohnmobil immer beheizen. Das ist ganz wichtig, wenn ihr das nicht macht, platzen euch entweder die Leitungen oder es löst immer der Frostwächter aus. Also ich würde als Wohnmobil persönlich immer einwintern, ich würde das nie uneingewintert mit befülltem Wassersystem irgendwo stehen lassen, weil viele sagen sich, ja okay, ich will mein Wohnmobil im Winter verwenden, ich lasse ihn abfahrtsbereit stehen, dann müsst ihr euer Wohnmobil aber beheizen. Sonst löst euch immer der Frostwächter aus und lasst euch den Frischwassertank ab. Das ist ganz wichtig, das zu wissen. Ich zeige euch jetzt einmal noch die Heizung, wo bei mir die Heizung sitzt. Die sitzt hier unter dem Bett, zeige ich euch noch, wie die Heizung ausschaut und wo sich dieser besagte Wasserboiler, der mit um die 10 Liter Wasser befüllt ist, befindet, der wo dann platzen würde, wenn ihr das nicht haben würdet. Es gibt auch Leute, die, ich kenne wirklich tatsächlich Leute, die haben den Frostwächter rausgebaut und haben da hinten diese zwei Leitungen einfach mit einer Kugel haben verbunden. Weil die sagen, das System ist ein Schmarr, das brauche ich nicht, das nervt mich, dass das Wasser abgelassen wird. Die brauchen sich aber dann auch nicht wundern, wenn es wirklich einmal richtig kalt wird und der Boiler ist geplatzt. Das sind dann auf jeden Fall über 1000 Euro Schaden. Das ist eigentlich Dummheit. Das ist das Gleiche, wenn ich bei einem Fallschirmsprung die Reserve einfach zu Hause lasse. Das ist ein Blödsinn. Das System arbeitet selbstständig, ihr braucht da nichts dazu tun. Wenn ihr es wirklich vergessen würdet, dann würde der euren Boiler schützen. Aber ich sage auch immer wieder nur am Boiler, die Leitungen müssen es dann schon nicht trotzdem platzen. Es sei denn, ihr habt Glück und es ist ein besonderer Unterdruck, der dann quasi eure Leitungen durch Glück entleert. Aber auf sowas dürft ihr euch nicht verlassen. Jetzt schauen wir mal, wo die Heizung sitzt. Ja, bei mir ist die Heizung, die Truma Kombi 6, hier unter dem Bett. Man muss quasi das Bett hochklappen. Ja, das gilt jetzt aber nur für einen Edrusco 7400 QB. Wie es beim SPS zum Beispiel weiß ich schon gar nicht mehr. Und dann schraubt ihr hier den Deckel ab und dann habt ihr hier Zugriff auf eure Truma-Heizung. Das hier ist die Heizung. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen. Ich werde jetzt einmal noch mal kurz das Licht umbauen, dass ihr das Ganze noch besser seht. So, jetzt habe ich einmal das Licht da so runtergebaut, dass ihr da ein bisschen was seht. Hier seht ihr die Heizung. Ihr seht da die Abluftschläuche insgesamt an den vier Abgängen rausgehen. Also hier quasi zwei und hier einen. Ja, die sind da überall verlegt. Hier unten seht ihr den Abluftschlauch, wo ich euch da vorhin schon gesagt habe. Und da mache ich auch immer vor dem Winter mal nochmal kurz auf und überprüfe alles. Zum Beispiel hier ist der Schlauch, ein Wasserschlauch dran, dass das alles fest sitzt. Ja, und da drunter ist quasi die Brennkammer. Könnt ihr euch da vorstellen? Mittig drin ist die Brennkammer und außen um diese Brennkammer befindet sich eine Wassertasche. Da sind dann zehn Liter Wasser drin. Die Brennkammer wird von innen erwärmt und außen wird dann natürlich das Wasser in dieser Wassertasche auch erwärmt. Und diese Heizung, beziehungsweise es ist ein Endeffekt nicht anders als ein Boiler, der wird dann entleert, wenn die Temperatur unter drei Grad fallen würde. Schützt quasi eure Truma-Heizung vor einem Frostschaden. Und ich habe schon Heizungen gesehen, da war das nicht der Fall. Die war dann in dem Fall kaputt, beziehungsweise hat man dann eine relativ teure Reparatur gebraucht. Also informiert euch im Vorfeld, ihr müsst sowieso immer schauen, wo befinden sich gewisse Sachen. Frostwächter ist wichtig, Heizung ist wichtig, ganz wichtig. Auch mal die ganzen Schellen kontrollieren, hier zum Beispiel, für die Abluft, also für die Verbrennungsabluft ganz wichtig. Ich habe auch schon Leute gehabt, die haben die locker gehabt, hat der CO2 mal der Auslös quasi. Wenn sowas in den Innenraum kommt, wisst ihr selber mit CO2, man schläft in der Ruhe ganz, ganz ruhig ein und wird dann nie wieder wach. Also das könnt ihr dann alles im Winterlager mal kontrollieren und wenn es nicht ins Winterlager geht, auch mal so durchkontrollieren. Es schadet gar nicht, wenn ihr wisst, wo eure Heizung ist und wie alles funktioniert. Ja, sollte man sich als Wohnmobilist schon ein bisschen auskennen damit. Ja, ihr habt es jetzt gesehen, Frostwächter, da unten ist er drin in dieser Luke, beziehungsweise in dem Loch. Ihr wisst jetzt, was er macht. Er schützt euer Boilersystem vor einem Frostschaden. Kontrolliert den, ihr könnt den auch jederzeit einmal im Sommer einfach so auslösen lassen, dass ihr seht, ob er funktioniert. Und wie gesagt, wenn er ausgelöst hat, immer schauen, dass die Wohnmobil-Innentemperatur über 7 Grad liegt. Sonst könnt ihr den nicht mehr sichern. Ja, das war's. Kleine Einweisung in den Frostwächter. Ich hoffe, ich habe euch damit helfen können. Ich habe vielleicht einen oder anderen vor einem Frostschaden bewahren können, der wo sein Wohnmobil heuer neu bekommen hat. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, kommentieren, abonnieren. Ganz wichtig und weitersagen vor allen Dingen auch den Kanal. Und wenn ihr trotzdem irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es euch einfach unter das Video. Ich wünsche euch was. Bleibt es alle gesund. Ciao, bis zum nächsten Video. Ciao, bis zum nächsten Video.